. Willi Koch, Schichaui. Juric will angespielt werden. Hier kommt der Pass in die Tiefe. Dusan Juric mit dem Tor! 87. Spielminute. Dusan Juric mit dem 4 zu 3 für den FC Zürich. Und die FCZ-Fans, ausser sich von Freude, stürmen hier fast das Feld. Bejubeln den Torschützenden aus an Djuric. Super Pass von Yassin Shikawi. Ich habe die Lücke gefunden. Djuric enteilt Bellan und der Schwede dann, der vor Gundlev Sand keine Chance lässt. Zum 4-3 für den FCZ in der 87. Spielminute.